Ich brauche keine Marketing, meine Kunden finden schon von alleine zu mir. Herzlich willkommen zu diesem Video und in diesem Video möchte ich dir Denkfehler, viele Coaches, Trainer, Berater und Experten aufzeigen. Denn vor kurzem habe ich was auf Facebook gepostet, auf meine private Seite und da hat mir jemand unter meinem Post geschrieben, Jorad, ich brauche keine Marketing, meine Kunden finden schon von alleine zu mir. Und ich denke, das ist ein Denkfehler, viele Coaches, Trainer, Berater und Experten, weil sie immer das Gefühl haben, ja, ich werde ja von meinen Bestandskunden oder von Kooperationspartnern weiterhin empfohlen. Also Punkt Nummer eins ist, wenn du nicht jeden Tag in deine verdiente Sichtbarkeit bist, verlierst du nicht nur Marktanteil, sondern du wirst auch langfristig weniger Umsatz generieren. Und das ist wirklich ein Denkfehler, das musst du wirklich verstehen, warum ich das Ganze mit dir teile. Das heißt, wenn du jeden Tag nicht in deine verdiente Sichtbarkeit bist, für dein Publikum, für deine Audience, dann verlierst du nicht nur Marktanteil, sondern du verlierst auch jeden Tag Umsatz. Du musst dir vorstellen, du bist ja nicht der einzige Dienstleister oder Coach, Trainer, Berater innerhalb deiner Marktes, also innerhalb deiner Angebote oder deiner Dienstleistung. Du wirst da auch automatisch ein oder andere Mitbewerber auf dem Markt haben, die natürlich vielleicht nicht das gleiche Produkt oder Dienstleistung haben, aber die werden so ähnliche Produkt wie du haben. Das heißt, du hast Mitbewerber, du hast Konkurrenten, die auf dem Markt sichtbar sind und wenn du nicht sichtbar für dein Publikum bist, werden diese Leute, deine Mitbewerber, die vielleicht bezahlte Werbung schalten, die Marketing machen, die werden jeden Tag Interessenten oder Kunden für deren Dienstleistung gewinnen. Und ehrlich gesagt, du musst dir auch vorstellen, wenn deine Kunde, wenn dein Interessent dich nicht in deine verdiente Sichtbarkeit zieht, wenn er merkt, dass du kein Marketing machst, zu wem wird er gehen? Zu deinem Mitbewerber, der schon vertraut ist mit Marketing, der wirklich in seiner verdiente Sichtbarkeit ist oder zu jemand, der überhaupt nicht sichtbar innerhalb seines Marktes ist? Ist doch klar, dass deine Kunden, deine Interessenten zu jemand geht, der vielleicht ein vertrautes Gefühl hat, der einfach weiß, aha, der schaltet Werbung, der macht Marketing, der ist sichtbar für mich. Natürlich wird sich dein Interessent langfristig für jemanden entscheiden, der einfach verstanden hat, wie wichtig Marketing ist. Und du musst diese Denkfehler, du musst diese Mindsetfehler aus deinem Kopf eliminieren, löschen, wirklich rein theoretisch einfach irgendwo in den Müll rausschmeißen. Fang an als Coach, Trainer, Berater wirklich bezahlte Werbung zu machen. Fang an, Marketing zu verstehen. Fang an, dein Produkt sichtbar zu machen. Denn Warren Buffett hat mal gesagt, wenn du 1 Euro für dein Produkt investierst, musst du 1 Euro dafür investieren, es bekannt zu machen. Ja, also bitte, sabotier dich langfristig, guck, dass du in deine verdiente Sichtbarkeit kommst, guck, dass du Marktanteile gewinnst, guck, dass du für dein Publikum, deiner Audienz sichtbar bist und fang nicht deine Existenz oder deine Selbstständigkeit in Gefahr zu bringen, innerhalb deiner Bestandskunden weiter empfohlen zu werden. Ja, wir arbeiten auch gerne mit Empfehlungen, gar kein Problem, allerdings sind wir nicht darauf angewiesen. Viele Coaches, Trainer, Berater sind auf Empfehlungen, auf Kooperationspartner, auf irgendwelche Institutionen oder Einrichtungen angewiesen. Ich möchte, dass du ein selbstbestimmtes Unternehmen führst. Ich möchte, dass du anfängst, Marketing in deinem Unternehmen zu implementieren, zu verstehen, warum Marketing wichtig ist und guck, dass du einfach dein Publikum erreicht, guck, dass du Marktanteil bekommst, guck, dass du mehr Umsatz generierst und fang an, auch dich in deine verdiente Sichtbarkeit zu bringen, für dein Publikum, dass deine Mitbewerber da draußen auch das Gefühl bekommen, oh, ich bin nicht der Einzige, der hier Marketing macht oder in seine verdiente Sichtbarkeit ist, sondern auch du. Und dann wirst du merken, dass du langfristig mehr Sicherheit hast, dass du wirst verstehen, dass viele, viele Interessenten auf dich, auf dein Angebot zukommen, weil du verstanden hast, wie wichtig Marketing ist und vor allem, wie wichtig BPC bezahlte Werbung ist. Und wenn du diesbezüglich Unterstützung brauchst und sagst, hey, ich habe null Ahnung, Jorad, wie sowas funktioniert, ich habe mich noch nie mit Marketing beschäftigt, dann sind wir auch natürlich dein erster Ansprechpartner im Thema Marketing, Thema Sichtbarkeit unter www.joradschersat.de hast du die Möglichkeit, dich auf ein kostenfreies Erstgespräch bei uns zu bewerben und dann schauen wir gemeinsam, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann, auch dich in deine verdiente Sichtbarkeit zu bringen, dass du anfängst, für deine Publikum, für deine Audience relevant zu werden und vor allem schau, dass du auch Marktanteile bekommst, schau, dass du mehr Umsatz innerhalb deines Unternehmens generierst, dass du mehr Leichtigkeit und Freude am Arbeiten hast.